willkommen zurück in der letzten folge haben wir uns diesen vier sterne level gestellt haben es aber dann doch relativ einfach hinbekommen mit ein paar fails aber das ist vollkommen in ordnung und jetzt werden wir die kleinen freunde die will ich in der mine suchen soll dann legen wir gleich mal los wieder als kleiner slime das ist doch wunderbar wir alle lieben wir wollen hier helfen und deswegen haben wir das ist wunderbar ich bin dankbar dann haben wir jetzt auch die minen fertig soweit ich jetzt denke auch schön wieder eingefallen ist das ist nach hause gehen die sparte hat ja wir haben mein kopf muss erst mal nachdenken was das überhaupt ist mit dem nächsten wo es jetzt der letzte ist noch üblich auf dem bang ab warm mag man aber sowas von dann machen wir es doch gleich mal auf den weg in die letzte welt in der welt ok das habe ich jetzt nicht erwartet damit wir die letzte welt wenn ich einmal gespannt was in welt 6 auf uns zukommen wird es wird erst mal der nächste cloud piranha entfernt mit dem woher es ist uns haben uns nicht aufhören und wir müssen den letzten wo es jetzt wohl das machen wir doch gleich die wir schnell die letzte welt zwar hier waren wir überall dann werden wir jetzt hier das tor in welt 6 ok los geht's sind wir auch endlich machen die letzte welt angekommen das schmiede pausen so als habe ich das ganze magma gelangweilt so mag man macht bum bum und ja das freut mich das sind wir so wir haben es geschafft in den dieb magma so ok es gibt es wohl sehr tief dann gucken wir mal hier mal hier das haus hallo ich wollte es mit so wir brauchen deine hilfe komische dinge passieren hier seitdem jemand ganz heißen so box wie meine einzelnen englisch ist doch unverdienst so wir sind in großer gefahr aber wir mussten wer ja ich kann irgendwie englisch besser ist so bitte bringen uns und das hier ja 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 ich muss jetzt darunter ich hoffe wir fallen da jetzt nicht unter alle man kann da runter laufen ok gut dann gehen wir erstmal hier hin ohje ich glaube ich habe keine gute erfahrung mit solchen der will gab es welche ich glaube da war mal was ok ja 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 ok auf mich finden wir jetzt alle ähm ich würde sagen wir nehmen ne ne ich glaube es wäre sinnvoller wenn wir das hier mitnehmen ne das ist's ne ne das ist das müsstepeil ne dummheit ne leid ne leid ich dachte dass das nil beginnt hier ne leid ne leid ne leid ne leid ne leid ich bin tatsächlich ich habe keine gute erfahrung mit solchen bei dem letzten level was so war habe ich nämlich ziemlich verkackt ich brauche doch alles das ist ja jetzt schon dann nehmen wir jetzt mal den elefanten mit das leben wir wollen mich ja jetzt schon wenn es zu lange braucht dann werde ich das rausschneiden ich will euch ja nicht zu lange damit fehlen weil ich zu doof und die sache haben wir schon mal zwei ich frage es nur wie ich da reinkommen wahrscheinlich wieder durch irgendeine höhle oder ich bin jetzt schon überfragt ganz ehrlich ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nein ich war schon darauf ich schwöre ich habe das ding berührt nein wahrscheinlich habe ich jetzt recht klein bin okay okay das habe ich jetzt nicht erwartet dann würde ich jetzt den pfad auch erst mal wieder danke dass du mir leid muss ich sagen es war wahrscheinlich ein bisschen langweilig zum zu gucken so ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder danke dass ihr so langweilig und ja bis dahin dann auf wiedersehen